Ich schaue das erste Mal zurück zu meinem ersten Ball. Ah ja. Okay. Wir dürfen jetzt das erste Mal. World of Tanks. Morden, Armour zocken. Ja. Das war aber richtig. War zwei. Ich denke, wir sollen zu den nächsten codyn-handswahrscheinlich genau von der Stücke bleiben. Jetzt kommt bitte kein Prolog, wenn ihr jetzt einmal ein Prolog kommt, dann kommt die weg. Ich hasse Prologs. Tut mir leid, es ist immer so, Prologs sind echt nichts wie mich. Ich würde gerne jetzt einmal testen. World of Tanks, ganz in Ruhe. Bad Wolf's Gage geht auch bald wieder weiter. Assassin's Creed Origins werden wir nicht mehr. Let's Blade. Das tut mir auch leid. Ich älte uns nicht mehr zu wissen, weil ich die ganze Zeit immer... Angst? Nein. Ich würde mal sagen, die ich immer gerne mit durch Prologs. Ich glaube, ich muss echt mal aufhören, immer was anscheinend zu sagen. Was ist das? Ich würde mal sagen, dass wir nicht weiter müssen, dass wir alles abgeschmacken. Ist das easy? Wuhu! Ich hab keine Ohne. Ganz ehrlich. Ich muss doch nicht so viel Kass gehen. Wuhu! Wuhu! Ich hab keine Ahnung! Ja, hier, in die Ohne, in die Ohne. Ich hab keine Ahnung, aber ich hab keine Ahnung. Wuhu! Stopp! Ich hab keine Ahnung, doch. Was ist das? Ich hab keine Ahnung, wenn's zu tun. Weis, ich hab keine Ahnung! Die haben noch ein dickes Loch in ihrer Panzerung. Was hat sie erwischt? Platzbereit! 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 Gegner gesichtet! Sie haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Panzerung! Geh mit, Skinner! Blanchis! Das war's für heute. Der Gegner hat uns im Visier. Ich sehe einen. Der Gegner hat uns geschlossen. Achtung, Kistergericht hin! Die Hatspenschen läuft in dieser Pfandung. ja 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 Ich habe die Kampfer, die 80.000 mal getroffen haben, aber wenn sie so, ja egal. Komm, schieate mal ein bisschen mehr. Ich kann mich besuchen, wird alles besser. Ich kann mich nicht mehr stellen. Aber man gewinnt es doch. Epic Quicktime. Ich will zur Garage. Wie oft soll ich denn noch kreist? Muss ich endlich in den Krieg? Ganz ehrlich? Das Tutorial? Wir sehen uns in der nächsten Folge, die höchstwahrscheinlich morgen kommt. Bis bald. 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 Bis bald.